Oh, gute Nacht. Guten Morgen. Machen wir uns noch ein paar Brote. Nein, so rum. So, so. Zack. Schwer zücken. Hallo, ist da wer? Nein? Nein, dann ist gut. Doch, da hinten brennt's. Ich hab's brennen gesehen. Der hat sich jetzt aber nicht in unseren Minisee geflüchtet, oder? Doch, nein? Wirklich verbrannt? Na dann ist gut. Ah, ein Zombie war's. Okay. Zombiehände brauchen wir nicht. Wir haben ja auch noch keinen Hund, den das irgendwie interessieren könnte. Hm. Wenn wir irgendwann mal ein anderes Biom finden, zum Beispiel so ein, ich nenn's immer gern Weihnachtsbiom, passt auch gut zur Musik übrigens, ähm, da sind meistens Hunde, also mit den ganzen Tannenbäumen und so, oder Fichten sind's, ja, Fichten, genau. Hm, ich überleg grad, ob das denn so schlau ist, wenn wir hier jetzt schon alles wegmachen. Vermutlich nicht. Dann können wir nämlich das Wasser nicht mehr so gut ansetzen, wie wir's gerne hätten, also wie ich's gerne hätte. Ob ihr das so wollt, weiß ich nicht. Ich hätte dann sehr gerne hier überall Wasser und dieses Landzüngelchen auch unter Wasser. hier können wir uns jetzt schon mal dran machen und das alles gegen Erde austauschen. Hatte ich auch gesagt, dass ich das sehr gerne hätte, weil ich Erde einfach viel hübscher finde, wenn da überall Erde ist, anstatt Koppel. Also, also in dem Fall Stein. Und übrigens auch Kies. Zumindest von oben. Ja, hier ist ja dann noch hier. Mhm. Ist es jetzt schon wieder, oder war das vorhin ein anderes? Ich bin grad gar nicht so sicher. Ja. Ja, okay, muss ich jetzt eigentlich nicht austauschen. Wir wollten ja eh noch weiter ins Land gehen. Hm. Ich hab jetzt gesagt, zwei mindestens. Oh Gott. Ich glaub, ich muss niesen. Nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht niesen. Nein. Nein. Okay. Okay. Es hilft tatsächlich, wenn man drüber redet. Das muss ich nämlich nicht mehr niesen. Haha. Sehr, sehr gut. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das hilft. Das sind aber diese Tricks irgendwie. Und wenn man die dann mal ausprobiert, dann ist das tatsächlich so. Ja gut, was ich hiermit mach, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich lass es erst mal. Oh Gott. Ach, diese Musik. Oh, guck mal, wie schön die Hühnchen planschen gehen. Hm. Hm. Äh. Ja. Schaffeln. Und das Rest hier auch noch weghauen. Da ist noch Kohle. Ich weiß. Ich hab keine Kohle übersehen. Hm. Es handelt sich übrigens nur noch um Stunden, bis wir hier alles weggegraben haben. Aber das macht doch nichts. Wir haben doch Zeit. Hm. Hm. oder ab und an mal vom Kipa weggeblasen zu werden. Das gehört alles mit dazu. Ach ja, okay, ich überlege, ich überlege. Hm, ich war am Samstag, heute ist übrigens Donnerstag, also am Samstag jetzt diese Woche, also letzte Woche quasi, oh, ich komme durcheinander, war ich auf der Landesgartenschau in Deckendorf. Ähm, ja, ich hatte mir so eine Landesgartenschau eigentlich immer irgendwie so ein bisschen vorgestellt, dass da, keine Ahnung, lauter Blumen angepflanzt sind, alle in wunderschönen Mustern und sich halt hauptsächlich alles um diese Blumen und so dreht. Allerdings war das jetzt gar nicht so, also es war auch die erste App, bei der ich war. Insofern hatte ich da noch nicht so viel Ahnung von. Ähm, allerdings waren da ziemlich viele Spielplätze für Kinder, also wirklich wunderschön gestaltet. Ähm, die waren echt richtig toll. Wenn ich jetzt noch Kind wäre, boah, ich wäre da so gerne, wäre ich so gerne gewesen, wirklich. Äh, ja, jedenfalls wirklich richtig klasse ist die Spielplätze. Und auch, ähm, so vom, ja, wie sagt man das, vom Gefühl her war das jetzt auch gar nicht, ups, so Oma-mäßig, sag ich mal. Also, ich fand's jetzt nicht so, dass da jetzt nur, also es waren sehr viele ältere Leute einfach, das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, aber auch viele Familien mit Kindern. Und auch als Jugendlicher, behaupte ich mal, oh, unsere brauchen eine neue Spitzhacke, okay. War es jetzt nicht ultra langweilig. Also, natürlich, es gab überall so ein bisschen was zu essen und zu trinken, kleine Cafés. Und, ich bin nicht unbedingt der Blumenfreak. Ähm, und eigentlich interessiert mich das Ganze auch gar nicht so ultramäßig. Ähm, was brauchen wir denn jetzt? Sticks, ne? Genau. So. Ähm, ich mach mir eben die Spitzhacken. Na gut, nein, ich will das Eisen jetzt nicht verschwenden. Nein. So. Und dann, nein, die Schaufel haben wir noch, okay. Ähm, ja. Und von daher, also ich hab das übrigens, ähm, ich war da wegen einer Projektarbeit für die Schule. Also, es war Seminararbeit eigentlich. Wählen, das interessiert, der kann sich da mal melden. Dann erzähl ich darüber auch noch ein bisschen was. Ähm, ja. Aber, ich fand's jetzt echt nicht so schlimm. Wie es manche Leute, also, ich weiß nicht, wenn man sich so umhört und man sagt, ja, boah, ich geh jetzt morgen auf die Landesgartenschau. Dann sagen schon die meisten jüngeren Leute, boah, ey, ist doch voll langweilig. Und ist doch für die Oma. Und, ähm, ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. Wirklich nicht. Es ist echt, es ist echt schön, schön, schön. Ja, doch schön. Noch eine schöne Musik haben wir hier gerade wieder. Ähm, okay. Und jetzt fangen wir erstmal an, hier die ganzen Löcher zu stopfen. Beziehungsweise die ganzen Steine. Ups. Boah, ist das eine coole Mucke. Äh, Entschuldigung, aber ich feier die gerade voll. Wow. Ist echt klasse. Und jetzt wird schon wieder Nacht. Ich weiß echt nicht, wie lange ich jetzt schon am Aufnehmen bin. Ich hab nämlich nicht auf die Uhr geguckt. Aber die Sonne geht schon wieder unter. Ach, Manu. Ich hab gedacht, ich krieg das heute vielleicht fertig. Hey. Na gut, dann gehen wir eben wieder ins Bett. Und nehmen vorher wieder ein bisschen Weizen mit. Haben wir schon. So. Ich find Windshader auch so cool, dass wenn's Nacht wird, dass dann alles so ausgraut. Das ist irgendwie echt schön. Also nicht so richtig. Also atmosphärisch, sag ich mal. Atmosphärisch. Das auf jeden Fall.